hallo liebe freunde der dogmatik heute geht es um das thema allgemeine und besondere offenbarung oder wie man das auch anders ausdrücken könnte woher wissen wir überhaupt irgendetwas von gott das ist die große frage bevor wir anfangen mit dogmatik und christlicher lehre müssen wir ja erstmal fragen woher weiß ich denn überhaupt was von gott wie kann ich denn überhaupt was von gott erkennen die christliche theologie hat das so systematisiert dass man gesagt hat es gibt die allgemeine und die besondere offenbarung man kann sich das vielleicht an einem beispiel deutlich machen wenn wir fragen woher weiß ich überhaupt ob es außerirdisches intelligentes leben im universum gibt sollte es also außerirdische geben oder mars menschen oder irgendwas dann gäbe es dann wüssten wir nur davon wenn zwei sachen passieren würden entweder erstens wir fänden irgendwelche spuren von außerirdischen leben das heißt also keine ahnung eine mars sonde würde auf einmal irgendwelche fußabdrücke finden oder irgendwelche bauten oder geometrische formen die nicht natürlich entstanden sein können oder so dann würden wir denken okay also auf dem mars oder irgendwo gibt es wahrscheinlich intelligentes leben also spuren sind der eine weg das würde man in der theologie die allgemeine offenbarung nennen die natürliche offenbarung und das zweite wären dann direkte begegnungen wenn wir also außerirdischen leben begegnen würden wenn wir mit ihnen kommunizieren würden wenn sie sich selber sozusagen zeigen würden das nennt man in der theologie die besondere offenbarung dass gott sich selbst gezeigt hat diese beiden kategorien möchte ich jetzt hier in diesem video mit euch durchgehen und wir fangen an mit dem ersten bereich der allgemeinen offenbarung inwiefern kann man sagen gott hat spuren hinterlassen in der schöpfung woran man erkennen kann dass es ihn gibt die christliche theologie hat dafür bereiche herausgefunden oder systematisiert und ich zeige die mal hier auf einem kleinen arbeitsblatt von mir unter dem punkt 2 wo ich hier die allgemeine oder auch die natürliche offenbarung etwas systematisiert habe und da sehen wir folgendes es gibt erstens eine eingepflanzte gotteserkenntnis eine notizia de naturalis in sita wie es auf latein dann theologisch heißt also eine innere gotteserkenntnis die theologie sagt jeder mensch hat innerlich bestimmte hinweise darauf dass es gott geben muss zum beispiel das gewissen das gewissen dass ein mensch weiß was gut und böse ist dass ein mensch ein schlechtes gewissen kriegt wenn er jemand anderen tötet oder so das ist ein hinweis darauf dass es gott gibt das kann nur durch gott eingepflanzt worden sein dieses moralische bewusstsein das ist ein hinweis dass es über uns eine moralische instanz gibt die uns das sozusagen schöpfungsmäßig mitgegeben hat es gibt einen bibelferst der darauf hinweist dass das so ist auch ist paulus schreibt in römer 2 vers 14 und 15 die heiden die tun das gesetz die halten sich an moralische regeln obwohl sie doch eigentlich gar nichts von gott wissen in römer 2 vers 15 heißt es dass sie beweisen damit dass in ihr herz geschrieben ist was das gesetz fordert zumal ihr gewissen es ihnen bezeugt dazu auch die gedanken die einander anklagen oder auch entschuldigen das heißt paulus ist der meinung es ist ein beweis dass gott etwas in die herzen aller menschen geschrieben hat ein moralisches bewusstsein das erkennen wir selber wenn sich ein schlechtes gewissen bei uns meldet das ist die erste eingepflanzte der erste eingepflanzte hinweis auf gott eine spur gottes unser moralisches bewusstsein das gewissen die zweite spur gottes ist das phänomen dass es auch über das christentum hinaus weltweit ganz viele religionen gibt menschen glauben an gott selbst wenn sie von jesus noch nie was gehört haben selbst wenn sie die bibel noch nie gesehen haben trotzdem glauben viele menschen auf der welt millionen milliarden von menschen haben gottes vorstellungen und paulus macht das deutlich also uns nach christlicher biblischer ansicht wird das zum beispiel in seiner areopark rede in apostelgeschichte 17 deutlich als er in athen den athenern erklärt für von welchem gott er redet und er sagt dann es gibt ein gottes bewusstsein gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns in ihm leben weben und sind wir wie auch einige dichter bei euch gesagt haben wir sind seines geschlechts er knüpft also daran an dass er sagt selbst ihr griechen ihr habt bisher von jesus nichts gehört aber selbst eure philosophen sind schon drauf gekommen wir stammen irgendwie von den göttern ab und von gott und ich erkläre euch jetzt den unbekannten gott den ihr bisher verehrt denn dem zeige ich euch jetzt wer das eigentlich ist aber er weist im grunde darauf hin dass menschen religiös sind ist ein hinweis darauf dass es gott gibt das ist natürliche offenbarung allgemeine offenbarung die religiosität der welt religionen und aller möglichen stammes religionen und sonstigen gottes vorstellungen das würde es alles nicht geben wenn es nicht gott gäbe es ist ein hinweis auf gott dann kann man drittens sagen der dritte teilbereich dieser eingepflanzten gottes erkenntnis ist eine sehnsucht also selbst wenn einer sagt keine ahnung mein moralisches bewusstsein das habe ich irgendwie anerzogen gekriegt und dass die menschen religiös sind ist irgendwie ein wahn oder so aber dass es da eine unstillbare sehnsucht in jedem menschen gibt nach erfüllung nach mehr im prediger drei vers 11 heißt es gott hat die ewigkeit in das herz der menschen gelegt dass diese welt nicht alles sein kann das weiß irgendwie jeder mensch und das ist ein hinweis auf etwas größeres auf eine andere dimension auf gott selber das hat gott uns eingepflanzt dass wir nicht zufrieden sein können mit dieser welt und nicht einfach sagen können ja super welt alles klar hier ich brauche ich habe alles ich es gibt nicht mehr was ich noch irgendwie brauchen könnte nein jeder mensch hat ein loch in seiner seele ein loch im herzen das nur durch etwas überirdisches gefüllt werden kann da hat gott einen hinweis auf sich selber in das herz des menschen gelegt und das vierte ist dass selbst wenn man mal klar mit vernunft nachdenkt sind schon viele menschen darauf gekommen sogar atheistische menschen dass es rein logische vernunftgründe gibt weshalb es vernünftig ist daran zu glauben dass es ein höheres wesen gibt ein höchstes wesen da werden wir uns in dem video über die gottes beweise noch näher dann mit beschäftigen aber auch dass das sogar vernunft darauf kommt es ist schon wahrscheinlich dass es ein höheres wesen gibt auch wieder ein hinweis den gott in uns hinein gelegt hat dass selbst unser denken zu ihm hinkommt der zweite große bereich der allgemeinen oder natürlichen offenbarung ist die sogenannte erworbene gottes erkenntnis also das erste waren jetzt so innerliche dinge die vier sachen die wir so in uns tragen das zweite ist wenn wir jetzt mal nach draußen gucken und uns die welt anschauen gibt es da vielleicht hinweise auf gott und die christliche theologie sagt ja auf jeden fall es gibt zwei große hinweise auf gott der erste hinweis ist die natur die schöpfung sie weist auf den schöpfer hin salm 19 vers 1 die himmel erzählen die ehre gottes der himmel erzählt uns was wenn wir uns die sterne angucken die erzählen uns was die erzählen uns es gibt einen schöpfer der uns gemacht hat und paulus macht das in römer 1 vers 20 ganz deutlich und sagt dass die menschen keine entschuldigung haben und keiner kann sagen irgendwie ich konnte ja gar nichts von gott wissen oder so sondern er sagt römer 1 vers 19 was man von gott erkennen kann ist unter ihnen offenbar gott hat es ihnen offenbart römer 1 vers 20 jetzt denn gottes unsichtbares wesen das ist seine ewige kraft und gottheit wird seit der schöpfung der welt ersehen aus seinen werken wenn man sie wahrnimmt paulus sagt also man kann gott erkennen an den schöpfungswerken gottes da hat er sich gezeigt er macht das in lustra in seiner predigt in apostelgeschichte 14 auch noch deutlich gott hat es regnen lassen er hat ernte geschenkt und ja also wer die augen aufmacht und die natur das universum die sterne und alles anschaut der muss doch eigentlich darauf kommen es muss einen schöpfer geben das ist so ein großer bereich der natürlichen gottes erkenntnis schau dir die natur an dann kommst du auf gott der zweite bereich ist die weltgeschichte auch da sagen manche theologen schau dir die geschichte an was da alles so passiert ist und du wirst sehen vieles ist nur erklärbar durch gott die entstehung des staates israels 1948 sieht man da nicht die handschrift gottes der fall der mauer 1989 wo die leute spontan an der berliner mauer angefangen haben zu singen nun danket alle gott ist das nicht ein hinweis darauf dass gott die weltgeschichte lenkt das ist ein zweiter bereich dieser natürlichen gottes offenbarung und die christliche theologie sagt diese punkte diese zwei großen punkte das innere und das äußere das ist alles offenbarung gottes daran kann der mensch theoretisch erkennen dass es gott geben muss schau in deinem gewissen schau dir die religion an deine innere sehnsucht denk mal philosophisch nach guck in die natur guck in die weltgeschichte und du wirst darauf kommen es muss gott geben und dazu brauchst du noch nicht mal eine bibel oder einen christlichen pastor oder irgendwas das kannst du einfach so selber kann das jeder mensch erkennen ganz natürlich erkennt der mensch was von gott daraus entstand jetzt die frage kann man daraus jetzt nicht vielleicht sogar eine theologie machen und gucken ja was können die menschen denn von gott erkennen jetzt außerhalb der bibel thomas von aquin hat das mal so versucht hat gesagt die theologie hat zwei bereiche natur und gnade ein teil kann der mensch mit vernunft erkennen das sind die sachen die wir jetzt gerade so gesagt haben dass gott existiert dass die seele unsterblich ist und dass die kirche was mit gott zu tun hat die katholische kirche seinerzeit es gibt aber auch sachen die sind für die vernunft unzugänglich da braucht man eine besondere offenbarung dafür darauf kommt man nicht von alleine wie das mit den engeln ist mit der dreieinigkeit und so weiter aber es wir können doch mal uns erstmal freuen es gibt einen großen bereich der theologie den kann ich menschen erklären ohne die bibel aufzuschlagen den können vernünftige menschen super nachvollziehen das ist die natürliche theologie darüber streiten sich dann die theologen ob es tatsächlich so etwas gibt wie eine natürliche theologie oder ob man das ablehnen muss ich stelle euch hier mal kurz so mein fazit dazu vor ich würde sagen es gibt tatsächlich eine allgemeine offenbarung gottes gott hat seine spuren hinterlassen man kann ihn erkennen wenn man es will in der natur in der geschichte im gewissen aber es ist alles sehr undeutlich theologisch würde man sagen der mensch ist sünder es ist vernebelt er hat keinen klaren blick er hat eine sehschwäche sozusagen und hat irgendwie minus acht dioptrien auf dem einen und plus zwölf dioptrien auf dem anderen auge oder so also wenn wenn der mensch sich so alles anguckt dann sieht er nur wenn überhaupt was sehr schemenhaftes und verzerrtes von daher muss man sagen wenn du anfängst ohne die bibel ohne das wort gottes ohne gottes besondere offenbarung dir gedanken über gott zu machen dann wird es alles sehr unscharf sehr krumm und schief das führt dann zu vielen falschen ergebnissen erst durch gottes besondere offenbarung kommst du dazu und außerdem ist es auch so das ist alles ja auch missverständlich also wenn du dir die geschichte anguckst ah ja das ist ja auch ein mischmasch aus guten und schlechten dingen und es ist ja auch total viel blödes passiert man könnte ja genauso gut sagen alles was schlimmes in der geschichte passiert ist eher ein beweis gegen die existenz gottes hätte er dann wenn es ihn gibt nicht eingreifen müssen im zweiten weltkrieg beim holocaust und so weiter also da kann man auch drüber streiten und genauso bei der frage des gewissens bei der religiosität der menschen kann man das nicht alles pädagogisch durch erziehung und so erklären es ist alles nicht so total zwingend auch die philosophischen gottes beweise sind jetzt nicht letztlich 100 prozent überzeugend von daher sind meine folgerungen hier man kann schon menschen auf die allgemeine offenbarung hinweisen und kann sagen hier guck dir doch mal die sterne an hast du nicht auch manchmal so ein moment wo du so eine ahnung hast das muss da eine größere macht geben also ich habe schon manche gespräche in dieser richtung geführt und man kann dann einfach beten dass gott menschen die augen öffnet die so ja ins nachdenken kommen durch die natur durch das universum für uns christen die wir auf jeden fall an gott glauben ist die allgemeine offenbarung eine hilfe das noch besser zu verstehen und das bestätigt uns also ich der ich auf jeden fall an jesus glaube ich schaue mir die sterne an und sagt wunderbar dass du alles hier gemacht dass die ganzen galaxien und so das stärkt meinen glauben paulus sagt aber ja die menschen die könnten gott anerkennen weil es so viel spuren von ihm gibt aber sie kommen nicht zu ihm sie wollen trotzdem nicht an ihn glauben obwohl sie ein schlechtes gewissen haben obwohl sie die natur angucken obwohl sie die sehnsucht im herzen haben und deswegen ist jeder mensch ein sünder der nicht mit gott leben möchte das ist so sein fazit anfang des römer briefes und die christliche sicht der welt religion ist noch mal ein spezielleres thema hier im angesicht unserer frage allgemeine natürliche offenbarung würde man sagen gut wenn die religionen ein produkt sind von einer gottes ahnung die gott in uns hineingelegt hat dann ist es ja erstmal was gutes also gott selber sozusagen ist verantwortlich dafür dass es die ganzen religionen gibt und das ist schon was aber die verschiedenen religionen haben ein unscharfes bild aus christlicher sicht sozusagen wird das bild erst durch die biblische offenbarung geschärft dass es erst die richtige brille mit der man was substanziell über gott im einzelnen sagen kann und trotzdem ist es zu würdigen was die anderen religionen auch schon für sich rausgefunden haben wissen und moralische werte die von nicht christen gefunden werden könnte man sagen aus christlicher sicht ist alles eine entdeckung von gottes allgemeiner offenbarung und deswegen kann das christentum auch würdigen was die wissenschaften so herausfinden und sagen ja das ist total viel tolle sachen und das hat gott in die schöpfung hineingelegt und toll dass wir menschen dem jetzt nach und nach nach spüren die allgemeine offenbarung reicht aber nicht ist das christliche fazit wir brauchen die besondere offenbarung und ja weil weil eben das macht paulus im römer 1 deutlich die allgemeine offenbarung führt nicht dazu dass der mensch eine heilvolle beziehung zu gott wirklich aufbaut kaum jemand der so sich die natur anschaut und die geschichte und sein eigenes gewissen oder so der findet zu einer wirklich persönlichen beziehung zu jesus christus man gelingt man gelangt vielleicht zu einer zu einem bewusstsein es muss gott geben aber tiefer geht das dann oft nicht wenn man jetzt nicht sich mit der bibel beschäftigt dann kommt es in den meisten fällen nicht zu einer persönlichen gottesbeziehung nur so zu einem allgemeinen denken ja ich glaube dass es ein höheres wesen gibt aber es ist kein dialog da kein ich du und christlicher glaube ist ein ich du ist eine persönliche gottesbeziehung trotzdem ist es toll dass es die allgemeine offenbarung gibt es kann ein anknüpfungspunkt sein es kann menschen auf den weg bringen sich dem wahren gott zu nähern und wenn es die allgemeine offenbarung nicht gäbe dann wüssten wir sowieso gar nichts von gott dann könnten wir gar nicht anfangen über ihn nachzudenken dass wir überhaupt den begriff gott denken können das ist schon ein hinweis auf gott selber entscheidend ist aber dass man irgendwann versteht ich brauche die besondere offenbarung und gott hat sich ganz besonders offenbart er hat noch viel viel mehr über sich preisgegeben als das was wir nur in der natur kennenlernen können und das möchte ich euch jetzt hier mal vorstellen in diesem punkt 3 was versteht man unter der besonderen offenbarung oder in latein der revelatio specialis das erste ist dass gott sich nach christlicher überzeugung in der geschichte israels offenbart hat er hat abraham erwählt er hat israel aus ägypten geführt er hat den bund am sinai geschlossen war bei der landnahme dabei durch das exil hindurch durch die ganze geschichte israels gott hat heilstaten getan er hat in die geschichte eingegriffen ganz speziell und er hat gesprochen seine worte sind die entscheidende offenbarung er hat seinen willen kundgegeben er hat die zehn gebote gegeben durch die propheten geredet er hat visionen geschenkt und träume wir haben ganz viel was wir lesen können in der bibel sind gottes worte gesammelt er hat gesprochen und dadurch kann man ganz viel von ihm verstehen so und nun kommen wir zum entscheidenden punkt zum kern der besonderen offenbarung gottes seine menschwerdung in jesus christus in hebräer 1 vers 1 heißt es nachdem gott vor zeiten vielfach und auf vielerlei weise geredet hat zu den vätern durch die propheten hat er in diesen letzten tagen zu uns geredet durch den sohn das wort wurde fleisch gott hat sich in jesus christus persönlich offenbart wer mich sieht der sieht den vater sagt jesus in johannes 14 vers 9 also das ist die kern offenbarung gottes das ist die ganz besondere offenbarung er ist in jesus mensch geworden er hat sein gesicht gezeigt dadurch jesus wissen wir auf einmal so viel über das wesen gottes was was vorher fast unvorstellbar war es eine ganz neue dimension der offenbarung gottes gott ist persönlich zu uns gekommen das war jetzt nachdem es im alten testament klar war kein mensch hat gott jemals gesehen kein mensch kann ihn sehen hat jesus deutlich gemacht wer mich sieht der sieht gott und das hat noch mal alles in eine ganz neue dimension katapultiert was wir von gott wissen können nach christlicher überzeugung die apostel haben das weitergetragen sie haben christus verkündigt sie sind jesus begegnet und sie geben uns das jetzt weiter damit wir auch jesus persönlich begegnen können das wird in den christlichen gemeinden weiter verkündet wir predigen über das zeugnis der apostel wir nehmen das was paulus geschrieben hat erklären dass den menschen heute weiter in kirchen und gemeinden wird das weitergetragen jede predigt ist ein stück gottes offenbarung könnte man sagen durch die predigt kommt der glaube und der heilige geist wirkt dazu dass wir die predigten verstehen dass das uns ins herz rutscht und dass wir anfangen zu glauben an diesen gott der uns durch das zeugnis der apostel nahe gebracht wird in jesus christus und manchmal gibt es auch heute noch spezielle botschaften gottes er lenkt auch heute die geschicke von menschen er schenkt träume eingebungen visionen er zeigt sich er offenbart sich speziell und eines tages wird er sich noch mal in einer ganz anderen weise vollkommen offenbaren in der sogenannten esiatologischen offenbarung da wird es so sein wenn jesus wiederkommt dann werden wir ihn sehen wie er ist wir werden vollkommen eine gemeinschaft mit ihm haben wir werden ihm gleich sein dann wird alles klar sein dann wird es keine fragen mehr geben jetzt haben wir noch 1000 fragen auch dogmatik ist im grunde nur ein nachvollziehen von sachen die wir schon rauskriegen können aber das ist vielleicht ein prozent von dem was dann später die erkenntnis im himmel sein wird die besondere offenbarung ist unterscheidet sich von der natürlichen offenbarung darin dass sie eben nicht von natur aus zugänglich ist also ein mensch der irgendwo im amazonas urwald sitzt der hat nur die natürliche offenbarung normalerweise die besondere offenbarung kommt von gott er hat sich von oben nach unten offenbart er hat sich in jesus gezeigt er hat sein wort geschenkt es ist wirklich eine übernatürliche offenbarung nur deswegen wissen wir was von gott zum abschluss dieser thematik ein kleiner hinweis auf den berühmtesten theologischen streit zu diesem thema der zwischen den schweizer theologen emil brunner und karl bart 1934 ausgefochten wurde emil brunner damals theologie professor in zürich schrieb ein buch mit dem titel natur und gnade wo er über natürliche und besondere offenbarung einiges geschrieben hat und er sagt die natürliche offenbarung ist ein super anknüpfungs punkt um menschen anzusprechen wir wissen aus der besonderen offenbarung aus der bibel dass es eine allgemeine offenbarung gibt und nur weil wir das wissen nur weil es diese allgemeine offenbarung gibt gewissen geschichte natur können wir den menschen als sünder ansprechen und kann sagen hier du kannst doch eigentlich gott erkennen aber du willst nicht mit ihm leben und so können wir die menschen herausfordern und ihnen sagen hier macht ihr doch mal gedanken über gott du siehst bisher viele sachen nur verzerrt und deswegen können wir dir auch noch ein bisschen weiterhelfen und dir vom christlichen glauben her noch mehr über gott erzählen und dann kannst du vielleicht auch eine persönliche beziehung zu gott finden und gibt zum glauben finden der mensch ist auch brunners meinung kann keine korrekte natürliche theologie entwerfen es ist alles sehr bruchstückhaft was man ohne die bibel erkennen kann alle außer biblischen religionen und philosophien verlaufen sich immer in verzerrte und widersprüchliche gottes bilder das ist so seine meinung aber er sagt grundsätzlich gibt es eine allgemeine offenbarung und man kann menschen darauf ansprechen das hat er einfach so geschrieben und eines tages ich habe das mal gelesen wie emil brunner mal am mittagstisch sitzt und die post kommt und er macht ein kleines päckchen auf und in diesem päckchen ist ein buch seines theologischen kollegen karl bart damals theologie professor in bonn und dieses buch von karl bart heißt einfach nein nein antwort an emil brunner karl bart sagt wir brauchen über natürliche offenbarung gar nicht reden nur jesus christus ist die entscheidende offenbarung wenn wir menschen vom christlichen glauben was weiter sagen wollen dann heißt dass wir müssen ihnen das evangelium predigen über jesus christus wir brauchen gar nicht mit allgemeiner offenbarung anfangen das führt nämlich immer nur in die irre und kann total leicht missbraucht werden denn das hatte bad 1934 in deutschland erlebt er war professor in deutschland also im nazi deutschland damals 34 und er hat jeden tag mitgekriegt wie adolf hitler die allgemeine offenbarung für sich in anspruch genommen hat und gesagt hat die vorsehung hat mich an die macht geführt wir danken gott dem herrn dass er die geschichte so gelenkt hat dass wir jetzt in deutschland einen neuen aufbruch haben und er hat quasi gesagt im nazi deutschland offenbart sich gott und es gab theologen die gesagt haben ja so grundsätzlich ist das schon so dass man dass gott sich in der geschichte offenbaren kann und da hat bad gesagt nein und man muss vielleicht im nachhinein sagen für die zeit damals hat bad recht gehabt 1934 durfte man nicht mehr in deutschland davon reden dass gott sich in der geschichte offenbart weil das total missbraucht wurde von den nazis später heute würde ich sagen hat brunner grundsätzlich natürlich schon recht es gibt eine allgemeine offenbarung wie wir gesehen haben und man kann menschen auch darauf ansprechen und muss das nicht leugnen auch wenn brunner und bad sich beide total einig sind die entscheidende offenbarung ist und bleibt die besondere dass gott sich in jesus christus offenbart hat